Willkommen zurück zu einer weiteren Folge YouTubers Live 1 hier auf meinem Kanal und wir schnattern erstmal ne Runde bevor wir was machen. Nein? Ich nehme keine Gameplay-Video-Aufträge erstmal für andere an. Weil... einfach nö. Okay der hat zu... was ist das? Okay. So. Na dann. Hallo Uschi, bist du fertig? Yeah. Achso, Moment mal, ich will noch nen Pip-Off nehmen. Nachricht? Nachricht! Ah! In den Saal gehen. Na dann. Niemals ganz vorne sitzt da Keks, ne Nackensperre im Kino, Alter. Das ist so weit wie du nach oben gucken musst. Ähm... so, wollen wir mal gucken. Kennen wir was vom Film? Das ist irgendwie immer der gleiche Schink, ne? Die kommen sich immer näher und dann knutschen sie irgendwann. Okay. Totenstille. Es ist zu still. Lebt der Mann eigentlich noch? Ja, er lebt noch. Diese Totenstille macht mich gerade Kürre. Ähm... Hallo? Ähm... Das ist mir wirklich ein bisschen zu still gerade. Ah, okay. Äh... Äh... Söchen... Äh... Ähm... Genau, das ladet... Oh, keine Ahnung, was das da ist. Was ist denn das? Video gesperrt? Hä? Äh... 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 Dieses Video hat eine Wahn und was bedeutet das? Eine Urheberrechtsverletzung vorliegt, löse diese Probleme. Wahbezahlen! Scheiß drauf! Äh... Das soll ja mal gut ankommen, also... Hallöle? Ja, das lass ich nicht so auf mir sitzen, ne? Und hier sind wir auch fast fertig. Alter, und das Geld kriegen wir auch ganz schnell wieder rein. 96 haben wir bezahlt. Da haben wir sie drinnen. Aber easy! Alles easy! Alles easy! Das Studium ist gleich abgeschlossen. Also, äh... Na... Okay! Cool! Yeah! Hunger! Hot Dog! Mh... 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 So, wir haben uns noch so viele neue Spiele geholt. So, äh, so, drei, mal ne, nur Grün wäre am besten, ne? So, ach komm, scheiße, wir machen das Handküsschen. Hä? Lol, wegen dem Handküsschen werden die Videos gesperrt. Oh, lol. Was soll das? Hä, muss man das verstehen, warum wegen dem Handküsschen gesperrt werden hier? Mann, Mann, Mann. Ei, 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 kannst du keinem erzählen? Ah, nee, komm, wir machen das. Hä, Tatsache, hier wegen dem Handk... Alter, was soll das? Dann kann ich das ja gar nicht verwenden. Was ist denn das für eine Scheiße? Sorry, aber... Warum? Kannst du doch keinem erzählen hier. Interesse, was? Alles klar. Hab schon wieder Hunger? Geh mal weg, bitte, danke. Ich schaue mal weg. 50 Prozent! So posieren! Schlafen gehen! Es kommt wirklich nicht gut an das Video. LOL! Das ist ein bisschen scheiße. Hol dir ein neues Videospiel, ich habe mir erst so viele gekauft, willst du mich verarschen? Ne, es kommt wirklich nicht gut an. Schade eigentlich. Ja doch, boah, erst mal ein Stück Kaffee. So. Und ja, es ist unprofessionell, wenn man in der Aufnahme Kaffee trinkt. Andere essen in der Aufnahme, andere Furzen in der Aufnahme. Ich trinke einen Kaffee und es lässt mich keinem was hier denken. So, musste ich gesagt haben. So. So, geringe Bedürfnisse. Hunger. Egal, wir machen jetzt die paar Prozent dort noch fertig. So. Okay. So. Und dann werden wir nochmal ein Gameplay aufnehmen. Würde ich sagen. Und zwar keins von den Spielen, weil die kacke sind. Irgendwie. Keine Ahnung warum. Ei, 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 ei. Und dann geht das Geld wieder flöten. Na. Ähm. Naja, komm. Scheiß drauf. Pennen wir nochmal kurz eine Runde. So. Hä? Hä? Wo ist das neue Spiel? Nee, du gehst jetzt nicht an mein Kopf wieder. Ich muss aufnehmen. Hä? Wo ist das neue Spiel hin? Hä? Da ist es. Ja. Du gehst jetzt mal. Im Prilviiall. Im Prilviall. Nei, dass mein Pятся? Lähn. Im Prilviall. Im Prilviall. Im Prilviall. Egal ob das jetzt Minus gibt, das kippt mal wieder voll. Hier, warum? Ich verstehe das einfach nicht. Ich habe mich extra gefreut, neue Karte und dann... Boah, Alter. Da könnte man im Dreieck konzern. Na ja. Äh, so. Ich muss das hier noch irgendwie voll bekommen. So. Äh, machen wir das. Komm, scheiß drauf. Defekter PC. Yay. Das habe ich jetzt noch volle Mühe gebraucht. Äh, macht's. Äh, äh. Äh, äh. So. Red, nein. Ja, war irgendwie klar. Ähm, reparieren. Okay. Kurs fortsetzen. Ja. Ja. Irgendwie kommen die Spiele gerade gar nicht mehr so gut an wie vorher. Warum? Ich verstehe das nicht. Momentchen mal. Wir machen ganz kurz das hier. Und das da. Ah, interessant. Moderationsstrafe? Was? Nein, danke. Ähm. Ja, mach doch. Nein, mit dir will ich nicht reden. Du siehst seltsam aus. Das ist seltsam aus. Äh. Hallo? Jetzt. es wird ja immer schlimmer hier aber das hier ist echt wo habe ich eine moderationsstrafe bekommen mitte schön vor allem was ist das und selber gibt es sowas also ich...ja... naja... es hätte besser sein können tatsächlich ich mach doch ordentlich Content, ich springe tausende milliarden hundert Videos raus da kann keiner erzählen, dass dir das nicht gefällt komm ich muss es machen ok ich habe jetzt mal auf automatisch geklickt wird der hier auch bald mal fertig ah jetzt ok wollen wir mal gucken der macht alles automatisch ok 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 ich bin gerade überfragt aber jetzt ist das Ding hier unten weg ok ich verstehe das manchmal nicht das Spiel ich dachte der hat jetzt ein Video aufgenommen wo ist das, wo bleibt das schluss yeah ja ich denke der macht das ich verstehe das nicht ich verstehe das nicht Ich gebe mal eine Runde Dösen hier. Aber wo ist denn jetzt das Gameplay? Ich habe doch eins aufgenommen. Ich verstehe das nicht. Bianca, du darfst mitkommen. Ich verstehe das nicht. Ich kann auch kein neues Gameplay mehr aufnehmen irgendwie. Keine Ahnung. Ich verstehe das gerade nicht so richtig. Ich verstehe das gerade nicht so. Gibt es mittlerweile einen neuen PC? Weil ich den aufrüsten kann? Nö, gibt es nicht. Ich verstehe das nicht. Ich muss aber erstmal arbeiten gehen, denn ich brauche zu langsam wieder Kohle. Also ich möchte schon im vierstelligen Bereich bleiben. Das ist schon seltsam. Ich kann kein neues Gameplay aufnehmen. Warum? Oh Mann, ey. Oh Mann, ey. Dann snackst du mal was Und bevor wir den Hotdog essen Werde die Folge hier beenden Ich hoffe es hat euch gefallen Wenn ihr das gerne einen Daumen nach oben lagt Er ist ganz wichtig für den YouTuber Algorithmus Lasst Kommentare da Und ich hoffe wir sehen uns im nächsten Video Bis dann bleibt uns gespannt Genießt den Tag Und bye bye Bis dann